Dieses Video wird präsentiert von Gamesplanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Om C2. Meine Damen und Herren, wir fahren weiter in Nürtingen. Mein Fahrplan ist wieder weg. Ich habe keine Ahnung warum. Ähm, so, lassen wir den mal gerade wieder reinwumsen hier. Das ist jetzt hier, in der Stadt ist Großbettlingen und das nächste ist Großbettingen. Oh, kann es sein, dass wir mit dieser Linie durch sind. Keine Ahnung. Ach nee, das ist Nürtinger Straße. Okay, was soll ich das denn wissen? So, Montags bis Freitags erste und zwar Nürtinger Straße. Da, um 18, zwei Minuten Verspätung, das kommt hin. Äh, drei Minuten, natürlich. Das arbeite ich dann wieder für eine Scheiße. So. Wir fahren jetzt mal ganz lässig weiter. Ne, hier, ne? Hier, ne? Ja, aktuell noch alles. Ich will ein bisschen was hell heute in der Zeit. Ja. Ähm, so, da hinten ist eine Haltstelle, die keine Ansagen hat. So. Hups. Hups, Alter. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Oh, danke schön. Da wird Dreck gemotzt. Komm, fahr mal ein bisschen vom Bordstein hier weg. Ist nicht gesund. Hieron. Heroin. Aha. Herion. Herion, das ist aber Heroin. Komisch. Sehr interessant. Nee, direkt hier einer raus. Bei meinem Fastway kann ich das natürlich verstehen. Macht Sinn bei mir aussteigen zu wollen. So, gerade mal richtig hinsetzen. So. 30 ist hier. Wollen wir doch direkt mal 100 fahren. Ach, nur 30er Schilder, ey. Ich spammt die doch noch mehr. Turn auf. So, Papa. Jucken. Okay. Fertig. Und weiter geht's. Ich habe wieder mal nichts verstanden. Keine Ahnung. Ich kann auch momentan meinen zweiten Kopfhörer nicht aufsetzen, weil die Gaming Software, das hätte mich, wenn ich erkenne, muss ich da nochmal anfragen. Das funktioniert nämlich einfach nicht. Das ist scheiße. So. In der Modernen. Mal gucken hier. Hier ist Albstraße. Tür rauf. Tür rauf. Tür rauf. Tür rauf. Das Ganze kommt wieder zurück. Yeah. So. Wir sind gleich da. Keine Sorge. So. Oh ja, mal ein bisschen was, was ich zum Bus rausholte, ne? Wenn er schon neu ist. Ich bin schon laut. Ich fresse. So. Das sind wieder diese komisch geblitschten Schatten. Keine Ahnung. Ich glaube, wir wollen nach hier, oder? Ja, Großbettlingen. Oder? Was ist unsere... Na, scheinbar. Keine Ahnung. Steht da nicht. So. Schatten hier. Muss man da... Nee. So. Okay. Okay, okay, okay. Tag. So. Dann würde ich sagen, setzen wir uns auch direkt in Bewegung, um wieder zurückzufahren. So. Schön. Ja, einen normalen Fahrstuhl. Schnauze, Oma. So. Und es geht auch direkt weiter, meine Damen und Herren hier. Muss ich hier drehen, oder? Scheinbar. Scheinbar, ne? Ja, sieht sie ja dann raus. Das ist natürlich jetzt eine heftige Kurve. Aber es ist cool, dass da dieser Ausbaustreifen, ne? Der hilft. Auf jeden Fall. Also, jetzt ernsthaft. Das war mal ausnahmsweise keine Ironie. So. Lalalalalalalalalalalala. So. Okay. Das sah doch schon mal ganz gut aus hier. So. Wollen wir doch mal sagen hier. So. Jetzt stimmt die Ansage nicht. Brunnennecker? Fahre ich jetzt über Grafenberg? Vielleicht hat gerade mein Nacken geknackt. Ah, okay. Warte. Warte, warte, warte. Route. Zielwieserstraße. Das stimmt auch nicht. Warte. Warte. Route 03. Route 04. Bestimmt gar nicht. Route 05. Ah. Jetzt stimmt alles. Oh, hier muss ich jetzt noch auf Vorfahrt achten. Ja, ja. Jetzt aber Entschuldigung. So. Das war so geplant. Oh Gott, mein Nacken. Hat gerade eben so krass geknackt. Ah, okay. So, 80. Dann holen wir das auch mal aus dem Fahrzeug hier raus. 80, 80, 80, 80, 80, 80 Jahre, Jahre, Jahre. Einfach mal die Fässer. So. Ah. War das dann eben angenehm. So. 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 So, wenn der da auf die Spur fährt, dann sollte er sich jetzt beeilen. Weil ich jetzt auch da hin möchte. Ah, okay. Er lässt mich vor. Scheinbar. Ich kann es nicht genau sagen. So fahre ich jetzt einfach. So. Okay. Ja, wie soll man denn da auch mit dem Auto hochfahren? Mit dem Schild. Ah. Voll die Verkehrshindeln ist hier. Wer darf sowas auch da hinnehmen? So. Irgendwie da 30. Ich glaube es ja nicht. Albstraße. Keiner. Fahr mal durch. So, nächste halt. Erionstraße war es, glaube ich. Wenn ich mich richtig dran erinnere. Ja, hier genau. Ist schon ein bisschen her. So. Hier bin ich jetzt im Fahrplan viel zu früh. Bim, bim. Bim, bim. Bim, 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 bim. So. Keiner mehr. Mal weiter. Jetzt müsste da schon das nächste stehen. Bett klingen. Irgendwas. Scheiße, ich sehe mich nicht mehr. Äh, da. Ich muss mal gucken, ob mein Niko unmuted ist. Ich höre das Böse schon ankommen. Eine Sekunde. Praise. 스� créer. Ich weiß nicht mehr. Ich Можно nicht mehr. bis jetzt. Säip. Also bis könnte den вниз 곳 ich nicht mehr. Es gibt nichts. Ich kann mich nicht mehr. Nein. Ich kann mich nicht mehr. Ich kann doch sagen. Mas ich stehe. Und ich kannst dich mir bitte Essen. Lassgerainen. Für mein Baby. Jahr Vedaller Tod gesehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, auf. Guten Tag. Leute, rein. Hallo. Danke schön. So. Okay. Oh, die haben sind irgendwie Talstraße oder so. Nein, danke. Nein. Ah, okay. Ja. So. Ich habe keine Hupe. Oh, die haben wir. Oh, die haben wir. Oh, die haben wir. Glaub's ja wohl Vorfahrt im Kreisverkehr nehmen So Ein Scheiß Einen riesengroßen Scheiß So Nee 50 Oh, jetzt geht's wieder auf irgendeine Landstraße drauf, so wie sie aussieht Das könnte sein Das ist eine enge Kurve So Talstraße, keine Ahnung, wo die war So Hier war sie, genau Genau Wo man so behindert reinfahren muss irgendwie Okay, so jetzt muss ich mal gerade nachgucken, ob das nächste Video für euch auch schon eingerichtet ist überhaupt Euh Ze thrimdrumdrumdrum Vielen Dank.